hallo geht euch auch die leute die tank spielen komplett auf den sack dann habe ich jetzt den revolutionieren neuen bild nur für euch ich bin anti tank poppy habe ich mir gerade erst ausgedacht als ich unten mein hund draußen war und es wird relativ hoff ich das jetzt stimme lässt sich einen tings haben aber und auch kein tb aber das wird trotzdem zu weht wir gehen alles was text wird also war dieser pläder tun king last whisper und leandreys diese vier items ficken die in tank und erstens in beinahe sind natürlich tank seite aus irgendwie tank gewähren wenn man schon tank spielt ich hoffe ich werde es nicht mehr diese runde von massagiert und ich dachte ich trolle naja egal übrigens heute wo ich aufnehmen kam kein video weil ich so vorgefahren ich meine gestern kam video zu spät heute kommt kann es gar nicht ich mache ich auf meine youtube firma und dass du kein clickbait titel okay ich finde es lustig dass du galio und der schad also ist man wie auch ist aber er braucht schon just von der abilities wenn man skill hatte was geht das wird sich gar nicht der moll mach das poppy macht das wenn du es nicht tust du mache ich es ein das kennt sich schon das ganze zu geben jetzt ist das das die richtige ein für is what the fuck only money thank god scaldi und das ist weniger so protokoll ich schämmer nicht zu Tode Oh lol, hat's dann die gemacht? Na gut Das schneide ich das Video, dann kommst du nicht morgen so an diesem Samstag Na, was ist so dickelich Der Fiesen holen soll? Niemand macht ihn Und jetzt hat die Barnefekt Und jetzt hat die Barnefekt den mitten schiebend geschichte ja es war ein muss er tot sogar beim gegen den falschen sprung ist oh verdammt ich habe die graue nicht verpackt manchmal musst du es dir einfach nur selber machen wo ist es, was ich lebe? das ist es, was ich lebe? das ist es das ist es Oh mein Gott Holy shit Ja da war er in der Base Und er hat einen Kill gehabt Also Aber ist unfair Dieser Ys auf jeden Fall bescheiden Manche sagen Könnt ich euch sagen Nicht dir Sondern euch Weil ihr seid alle kleinen Kacksposten Die mir alles glauben Ich wundere mich, dass er keine Stopwatch benutzt hat Bot lane macht wieder was bot lane typisches Wie zum Beispiel ein Pentacle holen Ist auch bot lane typisch oder Fort I won wird fight Er spielt gegen tank Der hat aber nur Glück Alleine auf einer lane Was macht man am besten Wenn man alleine auf einer lane ist Genau man spielt aggressiv Bei einer bot lane 2 gegen 1 lane auch genannt 1275 gold Was macht man am besten Schüttel Ja ich geh mit wenig Leben rein Und sich Stimmt Schüttel Wartet Auf jeden Fall kein Gold ab Jeder der Gold abwartet Hat es nicht verdient zu leben Wirklich nicht Vertraut mir Ich bin Profi Ich weiß wovon ich rede Was mir das nicht klicken kann Good job guys 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 Geiss Hm Who knew there were so many heroes Ich seh zu mir Ich schau's immer auf poppen Top free popsicle k Watt der Maul Er war ja genauso viel wie letztes Mal Ja Anti-tank poppy I can see you Holy shit Masin Das sollt Das sollt Drück und Drück und Das sollt Ich kann ihn nicht nutzen Karte Das sollt Das sollt Ich kann ihn nutzen Und Das sollt Ich kann ihn nutzen ich meine erkennt man es sind hallo ich mache ein trollbild und gewinne trotzdem mit dem trollbild damit sollte man eigentlich egal was passiert nie gewinnen wobei ja stimmt damit sollte man eigentlich nie wenn man sollte eigentlich man gewinnt eigentlich nur wenn man die europäischen sachen und white mag ja nichts anderes ich meine ich habe nur ein support sind schmitz meint ich meine es war unabprozentig intensierung und guten item bild jetzt treu bekannt wurden einfach nur weil die leute einfach nicht mögen dass ein singt gut spielt wie es hilft und gut spielen und smart spielen vor allem äh 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 oh shit quadrackal penta kill wirklich gerne holpriger start ich snacken uns ein kill nach den anderen dann gehen wir jetzt top lane wieder gehen topside meint ich nicht top lane ja und ich nenne das einfach nur smart spielen verstehst du verstehe ich da nein dann bist du branche und ich etwas machen klingt Ich werde jetzt nicht vor langen. ich habe noch ein bisschen gold bekommen beziehungsweise gestealt do not make my hammer bad ich bin mad sorry boots 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 boot jetzt muss etwas richtig boots macht sowie als würde die boots sagen also wie die schuhe nur in dem teil muss boots sein also ich mit style Oh fuck, I can't port any. Easy. Totally worth it. Ich meine, dafür habe ich schon den Abtas verteidigt. Ich bin wahrer Supporter. Und Stop Bell. Machst du hier, Emma White? Und Annie ist tot. Wo doch nicht, weil jeder boostet ist. Holy shit. Ah, das ist schon Clowns Fiesta. Noch einer zu decken. Holy shit. Was war das denn? Putz. 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 natürlich ist der ult gedrückt gegen tank der wohnsohn was haben wir verdient verdient die mich beim train machen stoppen ich trolle nicht mann ihr könnt ihr nicht ohne mich machen holy shit also das nenne ich mal eine vergewaltigung und 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 Mhm. Yulu. Ich bin ein Majulu. Ich bin ein Majulu. Ihr seid. das ist selbst gesund wird sie können sich nur selbst so und dann hoch okay werst du mir echo oder in echo Ich kann den Tank-Schredder nicht verletzen. der typische ich will cool wird gesproch das meiner das meiner das meiner das meiner das meiner nein 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 Der hat sich geblieben. Hm, es ist ein D-Roll-Watts. holy shit ist das smart und dann meine ich nicht das auto putz 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 Killing spree oh wait 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 apple 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 oh yeah oh oh yeah hey und dort tut 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 Let's play two and keep the plane of new kings die oh mein gott er hat so wie tade leandys torment damit haben wir es ich bin so hart und rollen und trotzdem stehe ich zehn fünf fünf ich war nicht schaut euch mal meine alte sagt sagt nicht dass das normal ist dass irgendjemand so so poppy spielt wenn es halt anti-tank poppy und den maschinen stimmts ging alleine da wurde geboren ist also richtig in den arsch hinein oh ja geil holy shit hat er das gemacht gut woots 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 woot woot wo worth it of nanny sens fash fiat voller als of n flash Unschüss. holy shit, das ist mein Team Bad mal wieder ok, das war merkwürdig oh mein Gott, dieser harte Miniblock oh shit wurde Miniblock trotzdem gebrannt easy vielleicht noch einmal so ist sie lame deine Forst haben und noch weil ich eigentlich baue ich jetzt schon immer Rasis resistenten wir fangen an mit locket lock and load an enemy has been slain oh Gott, oh Gott Testosteron oh ex-host ach, ist mein Team doch okay okay ich geh jetzt zu meinem Team ist okay ey oh shit, ich hab daneben getroffen daneben getroffen pfff, wie auch immer du das machen willst und tot und weg mit dem Dreck eigentlich soll ich einen relativ okayen Waveglar haben eigentlich soll ich einen relativ okayen Waveglar haben ich mein nicht, ich bin der Anti-Tank Poppy hm 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 Was ist das? Alter, dieses Bild ist so stark! Holy shit! Oh, ich hab mir unten einfach nur so gedacht. Barbecue! Ich helfe dich! Doch nicht! Oder? Oh, Pussy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das war Quidi. Jetzt gebe ich zu. Oh! Oh, das war Waffert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Herr Warnein. relativ gut wie sie es gehen muss man einfach er sieht wohl poppy wie auch immer mal mit diesen alten bild so hat kevin kann wenn es halt anti tank poppy ich frage mich vor allem warum die leute mich denn ich erkenne das ist eigentlich gut nnnooo oh oh just in case we're just loving my sweet moves Pfff die sie muss dafür noch nicht mal was machen die einzigsten hier noch an ihm sind schießen den echo deckung sogar noch weg hat sich echt gelohnt für die top lane zu gehen bis jetzt lieben meine sweet moves schuss holy shit ist mein timide schade ist ein bisschen zu kredi meine freunde ein bisschen zu kredi als ob sie sich trauen bären zu machen nein ich bin noch an die tank topi kann ich auch tankt werden du hast es auf du hast auf einmal flaschen sie können und die sie dann durch töten und durch eventuell ist triumph zu führen fast ein triumph video aus dem triumph es war ein auto check Loll! Holy shit, Azzylack ist offen. He's a lucky bitch. That's okay, I'm playing the long game. Welcome to the lag game, where you get one-shots by everything. It isn't your teammate. Stellt euch mal vor, alles wird von Set zu Set immer stärker, sodass am Ende sogar Quarks komplette MVPs werden können. Stellt euch erst mal vor, einfach vom Quark gewunschottet zu werden, weil das Spiel einfach zu lang gedauert hat. Keiner kann irgendwann was machen, weil die Minions auch natürlich super stark sind. Nach der Zeit. Ich finde schade, dass man... Alter, das wäre supergeil, würde man... äh... Würde man eine beste Leantwurst proken. Das wäre proken. Ein bisschen zu proken. Co! Architects musste Zeit mit sich präuse. Tch! 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 Mememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememem An enemy has been slain, on deck of slain, on any slain. Enemy killing spree! Oh, he does damage. Oh, he does so much damage. I don't understand. Enemy inhibitors respawn as one. Holy shit. Ich meine, er hat noch nicht mehr irgendwie... Bad. I'm bad. Ich bin bad. You're that bad, außer ich, weil ich bin Gott. So. Ich bin full item build. Jetzt nicht mehr, wie ich weiter treuern kann. Es gibt es einfach nicht. Und meine, ich würde im Leben halt mal als Team spielen und nicht die ganze Zeit nur sinnlose Sanitärin. Dem Wündel ist auch etwas bringen. Und meine Masi said, useless as fuck. Okay. Got it. You have been slain. You have been slain. Cool. Oh, that would be super sweet if that would have happened. Oh, that would be super sweet. That would be nice to say because Echo Split pushed. Okay. 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 Die selbe Kombo. 1 zu 1. Die selbe Kombo. Bitches love her sweet moves. What? Achso. Lalefelsi und der noch Kritz. Ja. Alter, warte. Das fängt mir im Block schon wieder. Pff. Ich meine, es macht Sinn. Diese Werte machen auf jeden Fall ziemlich hat Sinn. Ich meine, ne, ne. Also, dass sie mir so viel damit gemacht haben, macht auf jeden Fall Sinn. Ne. Ich meine, ne. Ja. Also, komplett legitim. Verstehe ich komplett. Na, Tanks sind nicht okay. Ja. K where ist, we Ellen tut. Okay. Galữa cinch. ольшgeiz. Tot. Tot. Rot. Tot. 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 Com Rei. Ich habe das Teamkombat mit Fault. das haben wir unverdient verloren also ich zumindest, mein Team ja nicht, aber naja sind alle reported Playing a game while not owning a plane imported das ist nicht gut gewesen Vielen Dank.